Start einer dampfgetriebenen Rakete in der kalifornischen Mojave-Wüste. Der 61-jährige Mike Hughes hat sich am Wochenende 570 Meter hoch in die Luft geschossen und ist mit einem Fallschirm unverletzt zur Erde zurückgekehrt. Wer ist der Mann und was bezweckt er mit dieser lebensgefährlichen Aktion? Hausbesuch bei einem waschechten Verschwörungstheoretiker. Matt Mike, so sein Spitzname, will mit diesem Equipment tatsächlich beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist. Was klingt wie ein schlechter Witz, ist für Matt Mike tatsächlich ein Herzensprojekt. Monatelang werkelte der X-Stuntman an einer dampfgetriebenen Rakete, mehrere Startversuche gingen schief. Doch eigentlich verfolgt der 61-Jährige ein noch viel wahnwitzigeres Vorhaben. Einen Flug an den Rande des Weltalls, und zwar mit einem sogenannten Raccoon, eine Mischung aus Ballon und Rakete. Damit will er so hoch fliegen, dass er die Krümmung der Erde mit eigenen Augen sehen kann. Oder eben nicht. Matt Mike lässt sich nicht beirren. Widerspruch mit Hinweis auf die Wissenschaft zwecklos. Was ist die Welt der Welt? Flat Earth. Let me put it that way. For a lot of people, it's rather hard to understand where that comes from. I thought, what's the most controversial subject in the world, maybe, besides politics? And I thought, it's the Flat Earth. I started looking at it. I mean, it's controversial, the Flat Earth. No, it's not. Out of the, let's say, 7 billion people on the planet, very few actually doubt that concept. So I wouldn't, with all due respect, it wouldn't necessarily come to my mind that this is one of the controversial subjects. Because for most of the 7 billion people, it's actually settled. Oh, that's probably a true statement there too. Here it's a pretty heated subject on social media. Er will dranbleiben.